Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Dienstag hier bei Wetter.net. Ja, was war das für ein tolles, langes Pfingstwochenende, wie angekündigt. Sommerwetter vom feinsten, vor allen Dingen am Pfingstmontag gestern. 15 Sonnenstunden im ganzen Land und Temperaturen von verbreitet mehr als 25 Grad. Heute und morgen gibt es sogar Temperaturen bis zu 30 Grad, aber dann wird es nass. Aber es stellt sich weiterhin die ganz große Frage, ist das dann nun der ergiebige Landregen, der die große Trockenheit endlich beenden kann? Das schauen wir uns gleich mal etwas genauer an. Zunächst der Rückblick auf das lange Pfingstwochenende und hier mal die Höchsttemperaturen seit dem Freitag. Und wir sehen, ja, Lingen am Freitag, die höchste Temperatur, 26,4 Grad. Ja, auch am Samstag, Lingen, 27,7 Grad, der Höchstwert. Pfingstsonntag ebenfalls Lingen, 26,1 Grad. Die höchste Temperatur am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag schon wieder Lingen, 29,0 Grad. Welch Überraschung in allen vier Tagen lag diese fragwürdige Wetterstation Lingen ganz vorne mit dabei. Den höchsten Wert in ganz Deutschland, übrigens auch den höchsten Wert im gesamten Frühling 2020 mit 29,4 Grad. Na ja, schauen wir weiter. Schauen wir uns mal die Großwetterlagenkarte vom heutigen Dienstag an. Und wir sehen das Hochsteffen. Das bringt uns heute noch mal sehr sonniges und auch warmes Wetter. Und das Tief Isolde, das liegt abgeschlagen hier über Osteuropa. Ja, und wie gesagt, eben heute viel, viel Sonnenschein und vor allen Dingen noch mal sehr warme Temperaturen, sehr warme Luftmassen, die weiterhin noch zu uns strömen werden. Aber in den nächsten Tagen wird es dann langsam kühler werden, denn die Großwetterlage stellt sich um. Tiefer Luftdruck macht sich breit und dann wird es ab Donnerstag immer wechselhafter werden. Doch bis es soweit ist, gibt es heute noch mal reichlich Sonnenschein für alle, teilweise bis zu 15 Sonnenstunden. Und eigentlich ist es heute an keinem Ort so richtig trüb. Und das heißt auch, Achtung, wir erwarten heute einen sehr hohen UV-Index, eine hohe Sonnenbrandgefahr. Unbedingt Sonnencreme auftragen. Da habe ich noch mal einen Tipp hier unten in den Videobeschreibungen. Ja, wie geht es heute am Dienstag weiter? Insgesamt auch noch mal sehr trockene, hohe Waldbrandgefahr. Vor allen Dingen hier im Osten die höchste Waldbrandgefahr an Stufe 5. Und auch sonst verbreitet Stufe 3 bis Stufe 4. Also bitte keine brennenden Zigaretten aus dem Auto werfen oder irgendein Lagerfeuer draußen in den Wäldern abhalten. Das kann wirklich brandgefährlich sein. Die Wetterkarte vom heutigen Dienstag zeigt es viel Sonnenschein im ganzen Land. Später sind vielleicht mal im Osten die ersten Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperaturen 21 Grad an der Ostseeküste bis zu 30 Grad im Westen Deutschlands. Hier kann es also heute den ersten Hitzetag des Jahres 2020 geben. Morgen am Mittwoch auch zunächst noch mal sehr freundlich. Viel Sonnenschein und trocken. Temperaturen 20 Grad im Nordosten an der Ostseeküste bis zu 30 Grad im Westen. Aber dann zum Nachmittag ziehen hier aus Westen zum Teil kräftige Schauer und Gewitter heran. Lokal mit Starkregen, Sturmböen und auch mit Hagel. Ja und dann kommt der Donnerstag und der wird dann deutlich kühler und wechselhafter. Im Westen gerade mal noch 15 bis 21 Grad. Im Osten noch mal warm bis zu 27 Grad in Berlin und Brandenburg. Aber auch hier gibt es später zum Nachmittag hin zum Teil kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen und auch mit kleinkörnigem Hagel. Ja am Freitag ist dann die warme Luft überall aus dem Land verschwunden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen dann gerade mal zwischen 11 und teilweise 20 Grad. Also teils über 10 Grad kühler als am heutigen Dienstag. Und es ist wechselhaft. Mal Sonne, mal Wolken, immer wieder Gewitterschauer, zeitweise auch mal längere Zeitregen. Und so geht es dann auch Richtung Wochenende weiter. Das erste Juni-Wochenende fällt dann buchstäblich ins Wasser. Mal ein bisschen Sonnenschein, immer wieder Regenschauer. Und die Temperaturen am Samstag 13 bis 21 Grad. Am Sonntag 12 bis 20 Grad. Und der Montag wieder freundlicher, vor allem in der Mitte und im Süden recht viel Sonnenschein. Es bleibt aber sehr kühl mit Tageshöchsttemperaturen um 13 bis 19 Grad. Der Sommer, er zieht sich also erst einmal wieder zurück. Und hier mal die Ensemble-Prognose bis zum 18. Juni für das Rhein-Main-Gebiet. Da sieht man sehr schön diesen Temperaturabfall von Temperaturen fast bei 30 Grad. Auf Werte um 15 Grad und etwas darüber. Danach wird es langsam wieder wärmer mit Höchstwerten bis zu 25 Grad. Aber wir sehen auch die Niederschlagssignale, die bleiben erhalten. Es geht wohl insgesamt erst mal wechselhaft weiter. Aber es sind meist auch immer wieder nur diese Schauer und Gewitter. Mal gucken, ob da in den nächsten 5 bis 10 Tagen wirklich flächendeckend gesehen genug Regen fallen wird, um die Trockenheit zumindest ein klein wenig zu lindern. Ja, das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Und wem es gefallen hat, der lässt bitte einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, bitte abonniert doch unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Dienstag. Tschüss und noch einen schönen Dienstag.